Herzlich Willkommen zurück zu Anno2205. Joa, wir wollen jetzt mal ein bisschen hier Fruchtsäfte ausbauen, da wir so ein bisschen Nachholbedarf haben. Nur ich sehe gerade, ich hoffe, die brauchen keine Grafen. Ai, verdammt. Ja, ähm, paar können wir bauen, aber wohl nicht ganz so viel. Also wie ich jetzt mir eigentlich erhofft habe. Denn ich muss unbedingt irgendwie mal so, ja, zwei, dreimal die Missionen da wiederholen, damit wir mal ein paar Grafen hier rankriegen. Ja, Iridium könnte auch mehr sein. Naja, was soll's. Müssen wir durch. So, was... Achso, 89 haben wir Minus. Naja, das geht ja. Mehr schlecht als recht. Ja, ziehen wir gleich zwei mehr. Das muss sich ja lohnen. Jawohl, und das reicht auch. Sehr schön. Minus, ach Quatsch, Minus 134 sag ich schon. 134 haben wir jetzt im Plus. Gab ja den Hinweis auch in den Kommentaren, bei einer Million gibt's ja die Statue. Das hab ich anfangs komplett vergessen, aber stimmt. Naja, 194.000 noch. Sollten wir ja wohl hinkriegen. Ich würd' mal sagen, den können wir mal hier so ein bisschen aufstocken. Na, das hält sich ja alles ein bisschen in Grenzen. Ist doch gut. Aber... Aber... Keine Superlegierung, also nicht ausreichend. Ich würd' mal sagen, die brauchen wir nicht. Die lasse ich mal noch... Brauch ich ganz vergessen. Transferroute wird überarbeitet. Dass wir die noch stoppen können, so. Wo waren jetzt Superlegierungen da? Zack, zack. Ihre Bitte wurde stattgegeben. Die Waren sind zu Ihnen unter Wett. Acht Transferroute nimmt Betrieb auf. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. So, mal gucken. Ja. Jetzt brauchen wir schon ein bisschen mehr. Das reicht alles noch. Holen wir uns erstmal die Nahrung ran und die Verjüngungskuren. Da. Joa, ich würd' mal sagen, machen wir gleich ein bisschen mehr. Dann können wir da drüben aufstocken. Da haben wir genug von. So, was brauchen wir noch? Noch Klamotten brauchen wir. Neue Transf... Neue Erfolgsebene erreicht. Ja. 56. Out Transferroute registriert. Machen wir hier erstmal ein bisschen weniger. Obwohl, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ist ja eh im Minus. So. Und bionische Hände. Da haben wir natürlich nichts im Plus. Na ja. Ich mach mir mal 20. Transferroute nimmt Betrieb auf. Für sie habe ich immer. Ich bin fast am überlegen, ob wir das erstmal dabei jetzt auch belassen. Vielleicht die Reihe hier noch. Na ja, jetzt sind wir wieder bei 7 Minus. Ja, das ist ein bisschen viel. Wir müssen unbedingt... Shuttle kommt planmäßig an. Genau. Wir müssen unbedingt die Luxuskost anziehen. Parameter werden erneuert. Weil sonst haut das nicht hin. Ach, Klamotten brauchen wir auch oben. Neue Transferroute aktiv. Ja. Ein paar Graphen haben wir. Ich überlege gerade, oder sparen wir uns hier ein paar. Ach, das war Iridium. Na gut. War eine blöde Idee. Na gut. Ja, mehr können wir hier, glaube ich, jetzt auch gerade nicht machen. Da ich unbedingt Graphen brauche. Das nützt einfach nichts. Na komm, volle Lotte. Ein bisschen was geht noch. So. Dann haben wir den Block voll. Das ziehen wir nochmal ihm nach. Und dann... Werde ich mal so ein, zwei Missionen wohl. Oder übel machen müssen. Äh, Quatsch. Das reicht. Strom reicht. Das reicht. Das reicht. Parameter werden erneuert. Die nehme ich erst mal wieder runter. Da gehen wir auf 60. Parameter werden erneuert. Da gehen wir auf 80. Parameter. Und das reicht. Wie viel haben wir jetzt? Die Geschäftserfolge nehmen zu. Ach ja, Investoren, äh, kriegen wir ja gar nicht jetzt mehr. Okay, müssen wir noch einen höher. Na gut. Ich bin, ich bin. Is, denn da geht. das ist. Ich bin. Und das ist, nicht nur ... Untertitelung des ZDF, 2020